Hallo Freunde von Willow Warships und herzlich willkommen heute Montag, den 14.12. zur dritten Verlosungswoche in diesem Arktika Adventskalender. Die Verlosung findet am Ende der Woche, am Sonntag, den 20.12. um 15 Uhr statt. Dementsprechend ist bis dahin sich einzutragen bei allen möglichen Gewinnen im Laufe der Woche, also insgesamt sechs. Und wir starten die dritte Woche mit gleich deinem Kracher. Es gibt ein Schiff, das heraussticht durch seinen extraordinären Heal von 40 Sekunden. Aber ich spreche hier tatsächlich nicht von der Massachusetts auf Stufe 8. Nein, heute verlosen wir die Georgia Stufe 9. 3x2 457 mm. Und ihr seht, wir steigern uns immer von Woche zu Woche ein bisschen, was die Preise und deren Wert betrifft. Aber ohne die Anfänger zu vergessen, für die es auch in diesem Laufe der Woche wieder ein paar kleinere Schiffe zu gewinnen gibt. Ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg und bis bald.